Laut Berichten von The Telegraph steht der FC Bayern München vor der Verpflichtung von Daily Blind. Der Vertrag des Niederländers wurde ja vor circa einer Woche bei Ajax Amsterdam aufgelöst und dementsprechend ist er jetzt ablösefrei zu haben, da er aktuell logischerweise keinen Verein hat. Ich hatte auch damals schon einen Tweet dazu rausgehauen, dass er definitiv noch gut genug für einen Top-Klub ist, der halt Bedarf nach einem Linksverteidiger hat und genau das trifft jetzt eben auf Bayern zu. Wie ist die Situation? Man hat zwar Alphonso Davies als Stammlingsverteidiger, aber sein Backup war eigentlich nur Lucas Hernandez und der hat sich jetzt eben für die komplette Saison verletzt bei der WM, bei der Daily Blind übrigens auch ein solides bis gutes Turnier gespielt hat für die Niederlande als Linksaußenverteidiger in einer Fünferkette. Ein weiterer Linksverteidiger-Backup ist mehr oder weniger Masraoui, aber der soll jetzt denke ich mal auf der rechten Seite gesetzt sein. Zudem ist sein Backup Pavard eben auch Backup für die Innenverteidigung. Das heißt, da hatte man schon so ein bisschen Bedarf nach mehr Quantität im Kader auf den defensiven Positionen. Warum wurde sein Vertrag bei Ajax aufgelöst? Ist jetzt nicht ganz so klar. Ich würde mal sagen, also seine Spielzeit hat auf jeden Fall darunter gelitten, dass er gute Konkurrenz hatte bei Ajax. Eben auch wie Davies einen klassischen Linksverteidiger mit Vindal, der aber oft verletzt war, aber zum Ende hin war der fit und dann hat Blind halt oft nicht gespielt. Und zum anderen haben die auch einen Calvin Bessie, der ist Innenverteidiger gelernt, kann aber auch Linksverteidiger spielen, also ähnlich wie Lucas Hernandez und dementsprechend hat Blind nicht so viele Einsätze bekommen und hat halt wahrscheinlich auch ein hohes Gehalt. Und deshalb hat man sich dann dazu entschlossen, seinen Vertrag aufzulösen. Bei Bayern ist die Konkurrenzsituation um den Stammplatz als Linksverteidiger also ziemlich ähnlich von den Profilen der Mitstreiter her. Und zudem sind die Spieler vom FC Bayern natürlich qualitativ deutlich besser. Also kommt er zu Einsätzen? Ich denke in der Rückrunde auf jeden Fall, denn Lucas Hernandez ist wie gesagt verletzt und dementsprechend wäre Blind Backup Nummer 1 für Alphonso Davies. Wieso sollte er dann kommen, wenn er nicht unbedingt mehr spielen wird wie bei Ajax, außer jetzt in der Rückrunde für eine kurze Zeit? Und da kann ich ganz einfach mit Titeln antworten, welcher Spieler möchte nicht beim FC Bayern ein paar Bundesliga-DFB-Pokal-Titel vielleicht mitnehmen und halt eben auch um den Champions-League-Titel mitspielen, was bei Ajax jetzt nicht der Fall war. Zudem bringt er dem FC Bayern wirklich viele Qualitäten. Er kann nicht nur Linksverteidiger spielen, er deckt da in der Planung echt viele unterschiedliche Positionen ab, kann durchaus auch in der Innenverteidigung spielen. Klar, da mangelt es ihm ein bisschen an Tempo, aber er kann es durchaus vom spielerischen und vom defensiven Aspekt her. Zudem natürlich wie gesagt Linksverteidiger und eben auch in einer Fünferkette, aber dann halt nicht unbedingt mit dem Offensiv-Output. Aber er kann halt eben auch Sechser spielen, sei es von Beginn an als Sechser oder eben wenn er Linksverteidiger spielt, kann er auch gut inverse spielen. Das heißt in der Offensiv-Formation rückt er dann von der Linksverteidigung in das Mittelfeld und ist dann da eben inverse in einer zentralen Position. Denn seine große Stärke ist sein Spielaufbau, also er ist nicht unbedingt offensiv stark, aber wenn man sich hinten raus spielt, ist er extrem stark und spielt da einige gute Pässe. Blind bringt aber neben seiner enormen Spielintelligenz auch eine enorme Erfahrung mit, hat lange bei Ajax gespielt, lange bei Manchester United und dann nochmal bei Ajax. Und war eigentlich überall ein Führungsspieler. Ja, der bringt einfach Qualitäten in den Kader, die wirklich wichtig sind, auch außerhalb des Platzes, aber auch auf dem Feld. Und dementsprechend finde ich Daily Blind ablösefrei einen wirklich guten Transfer. Man muss ihn halt immer richtig einsetzen, so dass er nicht unbedingt auf sein Tempo angewiesen ist. Und halt eben auch relativ tief eingesetzt wird, so dass er seine Spielmacherqualitäten auch zum Vorschein bringen kann und seine anderen Schwächen, wie eben das Tempo, nicht exposed werden. Ich denke Blind ist auch wirklich gut für das Mannschaftsgefüge. Einfach ein solider, älterer Spieler, der aber im Normalfall performt, wenn er spielt. Ähnlich wie Ravi Martinez. Also abschließend ist Blind wirklich ein extrem guter kurzfristiger Transfer. Klar, langfristig wird er jetzt nicht dort sein, vielleicht zwei, drei Jahre. Mehr wird denke ich nicht drin sein auf dem Niveau. Aber zusammenfassend bringt er Erfahrung mit, Variabilität, eine Spielintelligenz und eine extreme Stärke im Spielaufbau von hinten raus. Und dementsprechend ist es wirklich ein No-Brainer, ablösefrei zu holen. Sein Gehalt wird für den FC Bayern auch bezahlbar sein. Und daher sehe ich den Transfer durchaus positiv an. Wünsche ihm viel Glück bei Bayern in der Bundesliga. Das war es also soweit mit dem Video. Lasst mich sehr gerne eure Meinung zum Transfer von Daily Blind in die Bundesliga zum FC Bayern München wissen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.